2017 hatte ich das Glück bei einem Artist in Residence Aufenthalt in Mexiko lange Zeit in der Natur zu verbringen. Das Artist in Residence Gebäude ist im Dschungel, mitten in der Natur und es gab vom Haus aus zwei Angestellte, die jeden Morgen damit beschäftigt waren, mit Macheten die Wege und Mauern vom Gebäude, vom Dschungel zu befreien. Wobei sich mir nach ganz kurzer Zeit des Beobachtens die Frage gestellt hat, wer hier eigentlich der Einbringling ist. Für die Bewohner da war es der Dschungel, offensichtlich aber waren es die Menschen und diesen Eindruck in ein Bild zu fassen war für mich ganz klar, dass das Bild nicht in seinem Rahmen bleiben kann, sondern aus dem Bild herauskommen muss, heraustreten muss. Ich habe das Bild eine tägliche Szene da in der örtlichen Straße gemalt und anschließend mit Garn überstickt, wobei ich normalerweise bei meinen Stickereien die Enden hinten vernähe, in dem Fall aber aus dem Bild heraushängen lasse. Musik